Yo, liebe Leute, ich lese immer wieder, dass ihr mehr creepy Zeugs haben wollt auf dem Kanal. Und genau deshalb habe ich mich gestern Abend mal auf die Suche gemacht nach drei creepy Theorien-Mythen. Und Leute, ich weiß, es ist schon albern, aber ich muss mich wirklich bedanken bei euch an den riesen Zuwachs, den wir zurzeit haben und an die guten Resonanzen unter den Videos. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Wirklich, Leute, ich bedanke mich an jeden, der so ein nettes Kommentar mal schreibt. Ich lese es wirklich, es ist aber schwer, alles zu beantworten. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der ersten. Aber bevor es losgeht, wollte ich euch nochmal daran erinnern, das Gewinnspiel geht bis zum 10.10. mit den Nintendo 2DS im Bundle. Dafür müsst ihr nur Abonnent sein und einen Kommentar schreiben. So viel dazu, ich würde sagen, wir beginnen. Als erstes habe ich einen Mythos mitgebracht, den viele wahrscheinlich schon kennen, und zwar, dass Bowser eigentlich nicht mehr lebendig ist, sondern gestorben ist. Er ist zwar schon hunderte Male besiegt worden von Mario, ist in Lava gefallen, wurde mit seinem Koopa-Copter irgendwo gegengeschleudert, weil er abgestürzt ist. Aber man könnte noch nicht behaupten, dass er irgendwann irgendwo jetzt gestorben ist. Ich weiß, Leute, Lava ist ziemlich heiß, aber ich denke, er ist ein Reptil, er hat einen dicken Panzer, eventuell kann er da drin auch überleben. Jetzt komme ich wieder zu der Theorie, und zwar in Paper Mario 2004 für den Gamecube erschienen. Dort ist Bowser am Ende samt der ganzen Festung in die Luft geflogen, eine riesige Explosion, und dann ist er noch hunderte Meter in die Tiefe gestört. Also, wenn er irgendwo gestorben sein könnte, dann jawohl da, Leute. Das ist seine vernichtendste Niederlage, kann man fast schon sagen. Und kurz darauf ist auch Luigi's Mansion für den Nintendo Gamecube rausgekommen, und dort haben wir weitere Hinweise für diese Theorie bekommen. Und zwar trifft Luigi auf diese Wahrsagerin, die erzählt, dass Bowser wiederbelebt wurde. Ja, nach Marius' Niederlage wurde er wiederbelebt, also er ist schon einmal gestorben, sonst kann man nicht wiederbelebt werden. Also haben wir hier eigentlich die Bestätigung, dass Bowser zumindest einmal schon gestorben ist, richtig gestorben. Aber natürlich ist er eine Wahrsagerin, man weiß nicht, ob das 100% bestätigt ist, weil, wie gesagt, die kann ja auch Scheiße erzählen. Aber wenn man dann den Endkampf sieht von Luigi's Mansion, wo man Bowser wirklich entgegensteht, und Bowser ist gar nicht er selber. Er wird kontrolliert von König Buhu, Bowser kann seine Gliedmaßen von sich trennen, kann seinen Kopf drehen und alles mögliche, Leute, das ist ziemlich creepy. Dann sieht das eher so aus, dass er gar nicht richtig wiederbelebt wurde, sondern einfach kontrolliert wird. Und dass König Buhu über seinen Körper einfach Besitz ergriffen hat. Und da ist die Theorie halt, dass bis heute Bowser immer noch tot ist und sein Körper kontrolliert wird von König Buhu. Da kommen wieder die Leute, die jetzt sagen, ja, aber man kann doch bei Mario Kart beide gegeneinander fahren lassen. Ja, das stimmt auch, Leute, aber wenn man sich den König Buhu von Luigi's Mansion mal reinzieht und dann den von Mario Kart, da sind schon ziemliche Unterschiede, ich finde, der sieht ziemlich krass aus von Luigi's Mansion. Vielleicht war das der ursprüngliche König Buhu oder ein anderer Buhu, wir wissen es nicht genau, Leute. Soviel zu der Theorie. Die nächste gruselige Theorie ist, dass die Coins, die man sammelt in Mario-Spielen, einfach Seelen sind von verstorbenen Menschen, beziehungsweise Kreaturen. Weil immer, wenn man jemanden tötet, beziehungsweise irgendeine Kreatur besiegt in Mario, dann kommen Coins, beziehungsweise diese kleinen Thaler aus denen herausgesprungen. Außerdem kriegt Mario immer Leben dazu, wenn er einen Coin einsammelt. Und die Buhus haben auch so ein Coin in sich, was auch ein bisschen verdächtig ist. Dazu stand in der Beschreibung von Super Mario Bros. etwas, nämlich, dass die Einwohner des Pilzkönigreichs alle in Steine verwandelt wurden. Und Mario bricht nun mal die ganzen Steine auseinander, also tötet er sozusagen die Menschen, obwohl er nicht mal weiß, vielleicht kann man diese Menschen ja noch zurückverwandeln, die in Steine verwandelt wurden. Aber nein, Mario bricht sie einfach auseinander. Er sollte eigentlich, wenn er ein richtiger Held ist, sollte er mit oberster Vorsicht an diese Steine herangehen und sollte sie auf keinen Fall verletzen. Das stand nun mal in der offiziellen Beschreibung von Nintendo, Leute. Was ein bisschen creepy ist, dass wirklich diese Steine anscheinend Menschen sind. Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist wirklich von Nintendo. Wie es allerdings mit den Coins aussieht, dass das die Seelen repräsentieren sollen von den Menschen, schreit es in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Der erste Mythos war ja, dass Bowser tot ist. Jetzt kommen wir zum letzten, Leute. Und zwar der letzte Mythos, beziehungsweise die letzte gruselige Theorie ist, dass Mario schon längst verstorben ist. Und kurz, um nochmal abzuklären, Leute, diese ganzen Theorien kommen nicht von mir. Die habe ich gestern Abend im Internet rausgesucht, in Foren. Auf jeden Fall laut der Theorie soll Mario tot sein und der Himmel soll das Mushroom Kingdom repräsentieren. Er kommt ja ursprünglich aus New York, was eventuell nach neuestem Mario Odyssey-Wissen, eventuell im Metro Kingdom dort liegen könnte, wenn man das im Mario-Universum alles betrachtet natürlich. Ich glaube nicht, dass Mario aus unserer Welt kommt, sozusagen aus New York und dann durch einen Sprung in das Paralleluniversum des Pilzkönigreichs, beziehungsweise in diesen Mario-Universum gezogen wurde. Und das allererste Spiel 1981, dort war Mario ja gegen Donkey Kong und hat ja Pauline befreit. Und die ist ja auch in New Donk City, deswegen würde das passen so vom Setting. Und da fängt die Theorie auch schon an. In 1981 im Spiel Donkey Kong, dort hat unser guter Jumpman damals ja noch, der Jumpman sollte aber der Mario von heute sein. Deswegen ist das eigentlich die ein und dieselbe Person. Und dort hat Mario Pauline befreit von Donkey Kong und Donkey Kong danach in ein Käfig gesperrt. Im Nachfolger Donkey Kong Jr. sollte ja der Sohn von Donkey Kong letztendlich ihn befreien von Mario, weil Mario war dort der Bösewicht und hatte ihn in einem Käfig eingesperrt. Und am Ende wurde halt Donkey Kong befreit und Mario besiegt. Und laut der Theorie soll Mario dort gestorben sein. Und alles, was sich danach abspielt, sozusagen im Pilzkönigreich, ist sozusagen im Himmel nach seinem Tod passiert, beziehungsweise passiert gerade. Es gibt zwei Sachen, die die Theorie noch ein bisschen unterstützen. Und danach sage ich mal meine kleine Meinung. Und zwar, der Donkey Kong von damals von 1981 gegen den Jumpman, beziehungsweise Mario damals gekämpft hat, beziehungsweise Pauline befreit hat von ihm, ist der heutige Cranky Kong, der Opa von unserem heutigen Donkey Kong. Und das ist einfach der Fakt, dass Cranky Kong extrem alt geworden ist und Mario kein Tag heraltert ist von damals. Außerdem stirbt Mario tausend Mal in den Spielen, hunderte, tausende Male und respawnt immer wieder. Natürlich Leute, das ist ein Videospiel, aber laut der Theorie soll das alles unterstützen. So, und ich sage, die Theorie ist Blödsinnig. Ich glaube auch, dass die anderen Theorien mehr oder weniger überall Lücken haben und nicht so gut sind. Aber, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ihr dazu denkt. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Wie gesagt, ich würde mich freuen über ein Abo. Dann verpasst ihr auf jeden Fall kein Video. Hier kommen echt viele, viele, viele Videos. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo. Ciao und tschüss. 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 Ciao und tschüss.